Skifang 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 Die erste Heu wie Weizen, die sag ich euch ganz gließ. Das ist ein Wahnsinnsfeeling, fast wie im Paradies. Maria schaut wie immer aus der Kuchel raus. Und ob ich denn und grüß euch, wie schaut die Lage aus? Die steht wieartig, freut sie, weil alle sind jetzt da. Und stimmen miteinander, die seien wie Liedl, oh. Ja auf der Aber-Oi, ja auf der Aber-Oi. Da tut's uns ganz, 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 ganz super g'voll. Da geh'n wir oberi, da mach'n wir ab Regie. Da ist die Stimmung einfach heiß wie nie. Ja auf der Aber-Oi, ja auf der Aber-Oi. Da tut's uns ganz, 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 ganz super g'voll. Da geh'n wir oberi, da mach'n wir ab Regie. In unser Aber-Oi. Ja auf der Aber-Oi, ja auf der Aber-Oi. Da tut's uns ganz, 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 ganz super g'voll. Da geh'n wir oberi, da mach'n wir ab Regie. Da ist die Stimmung einfach heiß wie nie. Ja auf der Aber-Oi, ja auf der Aber-Oi. Da tut's uns ganz, 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 ganz super g'voll. Da geh'n wir oberi, da mach'n wir ab Regie. In unser Aber-Oi. Trinkt aus dem Skischu, Rauch und Qualm, dann wird's sein für's Arver-Alm. In unser Aber-Oi. Eroland, eine trin' ich noch. Eroland, eine trin' ich noch. Eroland, eine trin' ich noch. Untertitelung des ZDF, 2020